Willkommen Willkommen zu Last Knight mit mir PeterbussonCreed.de und wahrscheinlich wieder mehrfach meinem Tod Master, are you alive? Master Knight Is that you? This beast got me It's like my lungs could not harm Stay with me You are the last hope now You need to find a way To kill the dragon Dot Huh? Heroic Frey, selbstverständlich Your death will be avenged Ich weiß nicht, Dialogoptionen Vollkommen überfordert Er hat eine Quest, wo ich Gräber anzünden soll und ich glaube, das geht, indem ich dagegen renne und sterbe Was ist das denn für ein komisches Geräusch? Das klingt so nach Regen, aber hier regnet es gar nicht Das ist Regen Hier gibt es aber überhaupt gar keinen Regen Hopp Oh Mann Hör auf zu regnen, es regnet überhaupt nicht Was soll denn das? Geisterregen Das ist untoter Regen Der Regen ist längst gestorben Ich finde ihn nett hier mit den kleinen Türchen, die man aufstoßen muss Oh, der Regen ist weg Jetzt zwitschern hier mitten in der Nacht Auf einem Friedhof Im Winter Zwitschern jetzt die Vögelein Das will ich mir jetzt auch nicht so richtig einreden lassen, dass das so ist Glaub ich irgendwie nicht dran Oh, au Oh, oh, oh Vielleicht schaffe ich es ja mal wieder zwei Level in einer Folge Das wäre ja mal Ganz hervorragend wäre das ja mal Oh, oh Solange da keine Abgründe sind, komme ich da irgendwie deutlich besser durch Gold Skeletons Oh Oh Ja, was denn nun Das steh auf, Männchen A moving skeleton How can that be? Oh Oh Was passiert, wenn man durch so eine Krypta durchreitet? Kann man da durchreiten? Ich nehme es irgendwie nicht an Go Pferdchen Oh Irgendwie sind diese Skelette Oh Oh nein Wo ist denn der Kopf von dem Pferd, Mensch? Uh Durch das Gitter durchgepresst, das arme Vieh So, das klingt jetzt schon eher nach Ach, guck, jetzt ist der Regen sogar tatsächlich da Das klingt schon eher nach Friedhof hier jetzt Hopp Hopp, hopp, hopp 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 Klack Ich bin in das offene Grab gefallen Das war keine, langsam Ich Ihr kriegt wahrscheinlich schon den Eindruck, dass ich das hier mit Absicht mache Mach ich nicht Ich bin tatsächlich so unfähig Ähm, das ist Das ist tatsächlich Ja, doch so Ah Okay Mit Treppenstufen kommen wir offensichtlich auch nicht klar Dabei wollte ich doch nur die Münzen, Mensch So, jetzt komm aber Konzentration Alles am verpassen grad Oh man Aber immerhin Checkpoint Also nicht mehr ganz so katastrophal Verpasst Verpasst War gut, war das jetzt aber nicht Kann ich jetzt irgendwie nicht glauben Bronze Komm, das versuchen wir noch einmal Ja, das haben wir schon Das Das kennen wir schon Das wissen wir schon Da juckt das Mädchen Das ist ein gutes Zeichen Au Aber kein Problem erstmal Vorläufig Au Immer noch kein Problem Immer noch alles gar kein Problem Oh Kaputt Und weiter geht's Das nächste Mal bei Last Night Vielen Dank für's Zuschauen Wir haben's gefallen Ein Like da lassen Ähm Und wer es noch nicht getan hat Dann abonnieren Bis zum nächsten Mal Bye Last Night